Digga, der Infizierten-Modus ist da. Ich dachte schon, gestern wäre er schon da gewesen, war er nicht? Jetzt ist er da. Das war früher mein aller, aller Lieblings-Lieblings-Modus. Infiziert aufs Gat. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie man den am besten spielt. Ich weiß, war früher MB2 oder so war das? Da haben wir uns immer in so eine Ecke gekauert und dann haben wir die Leute kommen lassen. Das war richtig geil. Ich hoffe, das geht hier auch. Im Häuschen hier kann ich mir das gut vorstellen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, immer infiziert. Guck mal, wie viele Spieler! Ja! Infiziert. Wer ist der Infizierte? Wer ist der Infizierte? Also ein Infizierter, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber früher hat er einen Infizierter. Also anders. Ihr seht da, es sind voll viele Leute mit dabei am Start. Und einer wird ganz am Anfang zu einem Zombie. Der kann keine Waffen nutzen, sondern nur, hat nur ein Messer. Und das Messer kann er werfen oder halt Nahkampf. Und, ey, oben ist, glaube ich, richtig gut. Da geht's auch ran. Und wenn du gestorben bist, dann wirst du auch zum Infizierten. Deswegen kauert man sich irgendwo hin. Da, seht ihr? Der hat keine Waffen, kein gar nichts. Ah, ja, ich liebe den Modus. Ja, ich liebe den Modus. Ich liebe ihn. Ah, ich liebe den Modus, Mann. Ich wurde gemessert. So, jetzt bin ich auch ein Zombie. Ich wollte euch das nur zeigen, wie das aussieht. Und ich habe jetzt hier... Was ist denn das? Ah, ja, genau. Das ist, ähm, Quick Ein... Also hier werde ich dann wiederbelebt, glaube ich. Okay. Und jetzt geht es halt darum, noch weitere Leute zu killen. Achso, blau ist ja mein Kollege. Stimmt. So, man kann das Messer natürlich auch wieder einsammeln. Ja, und das ist so ein bisschen der Modus. Ne Waffe und so selber auswählen. Ah, schade. Doch, ich habe Überlebende infiziert. Ja, ich habe einen gekillt. Hihi. Hihi. Und ihr seht, es werden immer mehr Infizierte und immer weniger Nicht-Infizierte. Und ja, äh, gewonnen hat dann... Ich glaube, es geht auf Zeit. Und jetzt... Es geht auf Zeit. Und gewonnen hat dann, wer nach der Zeit noch lebt, glaube ich. Oder... Oder wieso? Also entweder die Infizierten, wenn dann halt alle infiziert sind. Oder wenn halt der letzte Überlebende überlebt hat. Haha, Abschuss. Hihi, ich habe wieder infiziert. Ich liebe den Modus. Skyline. Oh, Skyline infiziert. Bitte, ich bin nicht erst Infizierter. Skyline kenne ich mich aus und das könnte eine richtig geile Infizierte-Runde werden. Oh, 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 oh. Aber ich bin genau auf der falschen Seite. Auf der anderen Seite ist Infiziert geiler. Oh, das könnte richtig geil werden. Da habe ich Bock drauf. Aber ich muss ganz dringend auf die andere Seite. Andere Seite viel besser. Boah, hier infiziert habe ich ja unfassbar Bock drauf. Geil. So, hier infiziert, Leute. Geil. Und ich habe auch meine Waffe jetzt. Ich weiß nicht, irgendwann war irgendwas falsch. Irgendwann war irgendwas komisch eingestellt. Jetzt habe ich auch meine Waffe. Immer schön in Bewegung bleiben, wegen den, wegen den, ne? Wegen den Messern. Sprengfalle aktiv. Ja, ich kann auch einfach mehrere Sprengfallen machen. Ist echt gut. Am Anfang geht es vielleicht noch nicht so ab, aber später geht es dann ab. Ich liebe den Infiziert-Modus, ne? Weil hier muss man campen. Hier wird man gezwungen zu campen. Ich liebe es. Da bewegt sich was. Ich liebe es. Boah, die rutschen da schon gut lang. Da sind schon ein paar gute infiziert worden. Gut, dass die so rot sind da. Ich würde die echt nicht sehen. Dann muss ich mal einen Muni hier brauchen. Das ist so, das ist zum Beispiel so die perfekte Mischung zwischen PvE-Zombie-Modus und eben ähm ja, PvP, finde ich. Egal, da geht es jetzt aber ab. Da geht es jetzt aber ab, Leute. Da geht es jetzt ab. Da geht es jetzt ab, Leute. Da geht es jetzt ab. Die sind aber auch flink, die Viecher. Die sind aber auch flink unterwegs, ey. Jetzt kommen die ganzen Messer geflogen. Jetzt kommen die ganzen Messer geflogen. Da kommen alle voll links jetzt. Nein, 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 der geht weg. Pass doch auf. Pass doch auf. Die ganzen Messer, die geflogen kommen. Ich habe keine Muni mehr, Männer. Keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Und hier betreffe ich einfach gar nichts. Junge, Insta-Kill. Insta-Kill. Ja. Ohne Insta-Kill kannst du vergessen eigentlich. Denke ich. Ich hatte eine Atombombe. Ich konnte sie nicht zünden. Jetzt noch? Nein. 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 Sieg, Junge. Letzter Überlebender. Let's go. Und ich hatte gerade noch die Bombe. Dega, was war denn da los? Guck ihn dir an. Dega, dafür spielst du was. Guck es dir an, Alter. Das ist geil, Alter. Das macht Bock.